Fragen, Anregungen, Ideen, ist uns auch ganz wichtig, wir wollen mit den Mörsern zusammen was machen. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt machen soll, dann sagt Bescheid. Sonst würde ich jetzt an dieser Stelle nochmal hinweisen auf unsere Präsenz beim Weihnachtsmarkt. Das Mörs-Festival ist halt wie jedes Jahr, also seit einem Jahr, auch ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Sonntag bis zum Ende des Weihnachtsmarkts und da kann man dann endlich live bei uns, ohne online gehen zu müssen, auch die Early-Bird-Tickets holen, die gerade rasant ausfliegen, so wie sich das gehört. Wir haben dann die Haart-Tickets da und das Mörs-Ticket auch, darüber können wir dann mehr beim Weihnachtsmarkt-Stand erzählen. Und vielleicht gucken wir ja die drei auch, wenn wir mal vorbei, wollen wir uns dann einfach mit euch ein, über Festival 23 vielleicht auch ein bisschen zu kommen. Und es gibt selbst zu backen Weihnachtsbärzchen, ne? Das auch. Ja, sonst, wenn keine mehr Fragen sind, bedanken wir uns für das zahlreiche Erscheinungszeit uns toll. Und wir wünschen froh Weihnachten, froh Weihnachten, guten Rutsch, erfolgreiches Geschäftsjahr 2023. Und gute Playlists über Weihnachten. Ja, sonst würde ich jetzt was sagen. Danke. Danke an euch. Danke euch. Danke euch. Danke. 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 Vielen Dank.